Hier ist Moritz Lampert, ich meld mich aus Südafrika. Heute mal wieder einen langen, anstrengenden Tag hinter mir. Ein normaler Trainingstag heute sieht danach aus, dass ich morgens früh aufstehe, mich warm mache, 18 Löcher spiele, danach noch zwei Stunden trainiere, also insgesamt sieben bis acht Stunden am Workplace verbringe und dann ist einfach die Auto-Go das beste Gerät dafür, mich wieder auf den Vordermann zu bringen, gut zu regenerieren. Am Handgelenk habe ich öfter mal Probleme und seitdem ich mit der Auto-Go eigentlich täglich hier den Unterarm massiere, außen und innen, da sind die Probleme weg. Also kann ich nur weiter erzählen.